Strom- und Gaspreisdeckel sofort. Über 40 Prozent der deutschen Bevölkerung stehen vor dem finanziellen Ruin. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Strom- und Gaspreis und auch dieser Strom- und Gaspreisdeckel, der jetzt von der Bundesregierung angedacht ist, lässt uns nicht los. Kein Scherz, nach jüngsten Umfragen der ARD sagten über 40 Prozent der dort Befragten, das ist ein Abbild der deutschen Bevölkerung, dass sie nicht wissen, wie sie die Gas- und Stromrechnung, Heizkosten usw. noch zahlen sollen. Sie stehen vor dem finanziellen Ruin, vor dem Kollaps, vor der Insolvenz. Jüngste veröffentlichte Beispiele belegen es. Gasversorger fordern ab dem 1. November 2022 statt monatlich 170 Euro Abschlag bis zu 1.300 Euro monatlichen Abschlag für Gas. Nur allein für Gas. Wir reden noch nicht vom Strom. Pure Verzweiflung macht sich breit. Bürgerinnen und Bürger mit normalen monatlichen Einkommen werden es nicht schaffen. Rentner mit 1.400 Euro Bruttorente schon gar nicht. Tipps und Infos, was man machen kann, gibt es viele, in die vielleicht noch günstigere Grundversorgung wechseln oder Gas- und Heizkosten einfach versuchen zu sparen. Aber alles hat dann irgendwann mal ein Ende. Sparen kann man, aber man kann sich auch kaputt sparen. Die Bundesregierung wartet wieder. Sie handelt nicht. Sie setzt jetzt irgendwelche Expertenkommissionen zur Findung eines Strom- und Gaspreisdeckels ein. Liebe Bundesregierung, ihr habt genug Experten in eurem Ministerien sitzen. Hochbezahlte Beamte, Juristen und so weiter. Die können doch sofort einen solchen Deckel ausrechnen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Wie in anderen Ländern geht doch das dort auch. Strom- und Gaspreis einfach deckeln. Und Schluss damit mit der Abzocke durch Spekulanten und Putin. Wir sagen, Bundesregierung, macht euch endlich an die Arbeit und helft den Menschen und Unternehmen in Deutschland, damit diese nicht zugrunde gehen. Denn wir können nichts für die hohen Gaspreise und für die hohen Strompreise, die wir jetzt aktuell zu erleiden und zu ertragen haben. Näheres zu diesem Thema finden wir auf www.rentenscheib24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.